Er ist der Ricky King aus der Schweiz, Rolf Wegmann. Sein neues Album verspricht nicht nur kreative Gitarren-Sounds, sondern auch gesummene Stücke in Schweizer Mundart. Auch den Hit Stumme Signale von Claudia Jung spielt Rolf mit seiner Gitarre. Das Duett mit Noremi verleiht dem Album noch den letzten Schliff. Bestellen Sie immer nur du, das aktuelle Album von Rolf Wegmann. Das ist mein Album, hat drei Mundart-Schweizer-Deutsch-Titel drauf und einfach Gitar-Instrumentalstücke. Rolf Wegmann Rolf Wegmann